Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Kriegsraum. Heute geht es um Waffensysteme und warum sie nicht funktionieren oder funktionieren. Mal gucken. Auf jeden Fall geht es ganz konkret um den Mark 14 Torpedo. Und wie komme ich auf die Idee, mir das Ding anzugucken? Folgendermaßen. Ich habe wieder mal so ein Video hier geguckt, wo es um, die guckt aber unglücklich, wo es um Bundeswehr geht. Die gibt es ja auf YouTube, ganz nett zum Gucken. Und eigentlich gehen die alle um die gleiche Thematik irgendwo. Dass das Gerät halt nicht stimmt, dass alles am Arsch ist, dass nicht das richtige Zeug besorgt wird. Aber das ist ja nicht nur bei der Bundeswehr so, sondern ganz offensichtlich auch im Ausland haufenweise. So, und jetzt habe ich mich mal die Frage gestellt, okay, war das denn vor 100 Jahren auch schon so? Oder vor 50 Jahren? Oder vor irgendwas? Wie war das denn früher? Habe ich mal die Frage gestellt. Und habe halt dafür verschiedene Beispiele versucht zu finden, ob es früher schlimmer oder besser war mit dieser Alles-Material-Ist-Schrott. Dass es bei der Beschaffung wirklich ein riesen Problem ist und so. Und dabei bin ich auf diese Doku hier gestoßen aus dem Zweiten Weltkrieg, wo es um Torpedos geht, die hauptsächlich eigentlich, oder fast nur sogar, die Torpedo-Einsatz im Zweiten Weltkrieg von U-Booten der amerikanischen Navy behandelt. Und dann habe ich mir das nochmal, die Doku mit dem, was hier drin ist, den Augenzeugen berichten, was so waren, Interviews verglichen mit dem, was bei Wikipedia steht. Da gab es zwei, drei Sachen, die haben sich nicht übereingestimmt, habe ich gemerkt. Das fand ich sehr eigenartig. Aber im Grunde genommen sagen die das Gleiche. Und, ja, lange Rede, kurzer Sinn. An diesem Torpedo-Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, der eigentlich noch vor dem Zweiten Weltkrieg war, und im Zweiten Weltkrieg ist halt aufgefallen, dass das Ding Schrott ist, kann man eigentlich ganz gut sehen, dass das Problem früher sogar viel schlimmer war. Und dass es heutzutage ein Tick besser ist, dass zumindest, wenn die Waffe mal um die Ecke schießt, ungewollt, dass man heutzutage zumindest Veränderungen vornimmt. Und im Zweiten Weltkrieg, an diesem Beispiel, da gehen wir jetzt gleich durch, sieht man, obwohl man wusste, dass das Torpedo scheiße war, haben die den nicht verbessert. Oder zumindest nur sehr, sehr langsam verbessert. Und von daher, man kann so viel meckern, wer will heutzutage, an diesem Mark-14-Torpedo-Beispiel. Und damals ging es ja um den Weltkrieg, ja. Da geht es nicht nur, und das soll jetzt nicht böse klingen, um irgendwie in einem, das im Ausland, wo nur 100 Mann rumlaufen. Da ging es halt darum, wer die Welt erobert, wenn man das mal böse ausdrücken möchte. Das ist halt so, damals war es noch schlimmer, obwohl es eigentlich noch wichtiger war. So könnte man das, glaube ich, zusammenfassen. Von daher, also ich will jetzt keine Perspektive schaffen und sagen, ist ja nicht schlimm, wenn das Gerät nicht klappt heutzutage bei der Bundeswehr. Ja, ich habe nur mal einen Vergleich gesucht, um zu gucken, ob die Lage besser oder schlimmer geworden ist in den letzten 100 Jahren. Und jetzt können wir mal das Beispiel hier durchgehen. Und versteht mich immer noch nicht falsch, ich muss das auch eindeutig sagen. Ich will dich entschuldigen, dass die Bundeswehr scheiß Gerät hatten, dass da irgendwie Missmanagement läuft. Ich wollte das nur mal gucken, wie das in früher war im Vergleich. So, und ja, jetzt kommen wir zu dem Mark-14-Torpedo. Das ist halt wirklich wohl ein krasses Beispiel gewesen. Und zwar, dieser Torpedo, der wurde wohl 31 entwickelt und zwar in Newport, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist wohl so eine kleine Basis mitten im Nirgendwo. Das ist so eine kleine Insel, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Halbinsel. Und die haben da wohl in dieser Basis, ich weiß nicht, ob ich hier ein Bild finde. Ich darf es ja nicht zeigen, aber Bilder kann man sich hier rauspicken. Die haben in dieser Newport-Basis, also es war die einzige Basis, die Torpedos in Amerika entwickelt und gebaut hat. Und das hat wohl keinen so richtig interessiert, das ganze Thema. Und die haben deswegen einfach die Ingenieure da reingesetzt und haben gesagt, hier, macht mal, wie ihr wollt. Und dann sind die hingegangen und haben halt die besten Torpedos der Welt bauen wollen. Und haben jeden Torpedo vom Innenleben her handgefertigt da drin und super kompliziert designt und alles. Und wie das also ist, je komplexer ein Waffensystem ist, desto mehr Fehler hat der. Und genau das haben wir bei diesem Torpedo, haben wir das gesehen. Hier sieht man das, das ist diese Newport, das ist diese Facility, wo die entwickelt und produziert wurden später. Schlimm ist halt nicht nur, dass, wie gesagt, die wurden halt da alleine gelassen wohl, also ohne Feedback von außen und so weiter. Das war halt wirklich, ja, was ihr macht, ist ja uninteressant, weil Torpedos, das wurde, obwohl, also es war ja zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, haben sie dieses Newport da wohl eingerichtet, für Torpedos zu entwickeln und zu bauen. Und die haben gesagt, obwohl im Ersten Weltkrieg haben wir zwar gesehen, wie die deutschen U-Boote, was haben die gesagt? Die haben irgendwie 5000 Schiffe versenkt mit ihren, also die deutschen U-Boote haben im Ersten Weltkrieg 5000 Schiffe, glaube ich, versenkt, gelesen. Irgendwas in diese Größenordnung. Und die haben halt gesehen, Torpedos, U-Boote, das ist halt ein Zukunftskonzept. So, und trotzdem haben die gesagt, das ist für die amerikanischen Navy kein wichtiges Konzept, weswegen wir das nur so ein Randding machen. Ihr macht das, interessiert halt keinen echten General oder Admiral in dem Falle. Und so war das also ein bisschen abgelegt worden. Aber die Techniker hatten natürlich Spaß dabei und haben halt dann die kompliziertesten Geräte gebaut, die man sich in der Welt vorstellen kann. Mit eben all den Problemen, die halt dazugehören, wenn man Techniker alleine machen lässt und wenn die kein Feedback von außen bekommen. So, was waren denn jetzt die Probleme? Ja, also fangen wir mal mit an. Das Ding wurde wohl 31 hier in Service genommen, sagen die. Bis 80 in manchen Nationen. Das muss man dazu sagen, der wurde wohl zigmal verändert und verbessert, der Torpedor. Aber die Probleme, die es bei dem Ding gab, fangen wir mal damit an. Das allererste Problem war, es wurde nicht getestet. Also es gab einen Test, wenn man fair sein will, muss man das schon sagen. Das ist ja dieser hier vorne wohl. In dem Bildchen kann man das angucken. Das war der einzige Test, den es wohl gegeben hat. Und bei diesem Test ist es so gewesen, die Leute, die das testen wollten bei Newport, die haben der Navy gesagt, hört mal, wir bräuchten mal so ein altgedientes Battleship, wenn ihr das habt. Man muss ja gucken, also die hatten ja diese, wie haben die sich genannt, Magnetische, Magnetic Influence Exploder, so heißt das Ding. Also auf jeden Fall checken diese Teile, wie das Magnetfeld verändert ist. Und wenn halt eine gewisse Veränderung ausreichend vorliegt, dann explodiert wohl der Torpedor. Das war wohl die Idee. Die Deutschen haben wohl auch damit experimentiert, aber den Deutschen auch nicht geklappt. Aber das war auf jeden Fall diese neue Technik. Und um es eben ordentlich auszuprobieren, braucht ihr halt nicht nur irgendein Target und könnt nicht nur auf einen Fels schießen, sondern ihr braucht halt die Kriegsschiffe, die ihr versenken wollt oder so ein Tankergrößer und was auch immer. Braucht ihr halt auch, damit das Magnetfeld entsprechend halt gestört ist, um zu testen, ob dieser Magnetsensor, kann man ja fast nennen, auch wenn das wahrscheinlich der falsche Name dafür ist. Aber dieses Ding, um die Torpedos zu sagen, hör mal, da ist das Magnetfeld jetzt ausreichend gestört, explodierst du da bitte auch, um das eben zu testen. Und das war ja der Key dieses Torpedos und das war halt echt super geheim, dieses Konzept. Also die haben gesagt, das könnte kriegsentscheidend werden, zumindest für den Torpedo-Einsatz. Das war schon nicht nur eine Kleinigkeit, dieses neue Konzept mit dem Torpedo-Magnetik-Influencer. So, und dann haben die halt gesagt, die Tester, dann wird man das aber ordentlich testen können. Können wir es größer machen? Na gut, doch größer. Wir brauchen halt auch ein großes Target, weil sonst ist ja kein ordentlicher Test, weil ein kleinerer Schiff macht halt auch nur eine kleinere Störung im Magnetfeld. Und von da ist das halt Käse. Eigentlich müsste man noch mehr testen, das haben die Wissenschaftler damals auch gesagt. Es gab keine richtige Grundlage dafür, aber so ein bisschen Logik hatten die dann auch dabei. Haben halt gesagt, eigentlich diese Magnetfeld-Geschichte hängt auch nochmal davon ab, wo man auf der Erde ein Torpedo einsetzt. Weil das Magnetfeld auf der Erde halt auch wohl unterschiedlich schwingt oder wie man das nennt. Ich bin ja kein Physiker. Aber auf jeden Fall haben die später herausgefunden, dass zum Beispiel Torpedos in Nähe des Äquators viel, viel ungenauer war dieser Zünder. Und sehr häufig halt da gar nicht funktioniert hat. Und wenn man da weiter weg ist vom Äquator, hat er wohl besser funktioniert. Und da hätte man diese Tests eigentlich mit verschiedenen großen Schiffen auf verschiedenen, sind das Längengrade, Breitengrade? Na, auf jeden Fall hoch und runter auf dem Atlantik testen müssen, was man auch nicht gemacht hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben auf jeden Fall nur einen einzigen Test gemacht. Einfach, weil diese altgediebten Schiffe ist wohl auch teuer, die zu verschrotten mit dem Torpedo. Nicht sicher, warum das Geld kostet. Aber auf jeden Fall hat die Navy, wie gesagt, die wurden erst angefragt, Schlachtschiff? Nee. Kreuzer? Nee. Zerstörer? Nee. Und am Schluss haben sich oft geeinigt, ja, wir schicken euch ein altes U-Boot. Das könnt ihr dann damit versenken gehen. Aber ein U-Boot hat natürlich die geringste Tonnage von all diesen Schiffen. Und U-Boot gegen U-Boot mit Torpedos, das ist ja kein kalter Krieg gewesen. Das war ja nicht mal das Target. Also der Torpedos wurde ja nicht entwickelt, ein U-Boot zu versenken. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mal jemals gab, dass ein U-Boot ein U-Boot versenkt hat, bevor der Film Red Oktober rauskam. Also im Zweiten Weltkrieg wüsste ich aber nicht, das war auch nicht das Haupttarget. Haupttarget waren halt die ganzen Nachschublinien zu raiden und nochmal ein großes Schiff zu versenken. Und gerade die Amerikaner mit ihrem Ziel im Pazifik, die japanische Ressourcen- und Nachschubslage zu harassen, deren Target waren halt dicke Transportschiffe. So, auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Die haben dann ein U-Boot bekommen, das bedeutet, dass sie eben diesen Zünder nicht ausreichend testen konnten. Und von daher war das dann auch das erste Problem gewesen. Vielleicht nochmal eins weiter. Die haben sogar bei diesem Test nur zwei Torpedos benutzt. Und zwar ist wohl einer, der ist durchgefahren, was haben die gesagt, oder nicht explodiert. Genau, der eine ist einfach unten drunter durchgefahren, ohne zu explodieren. Und der andere ist reingefahren und explodiert und hat das U-Boot versenkt. Und dann haben sie den Test eingestellt. Weil ein Torpedo hat damals wohl 10.000 Dollar gekostet. Ich habe es irgendwo gelesen. Ich glaube, das waren irgendwie 170.000... Ist das mit einem Punkt dann bei euch? Mit einem Komma? Genau. Also ein Torpedo 31 hat halt 10.000 Dollar gekostet. Das ist heutzutage 161.000 Dollar. Also jetzt auch nicht die Welt, wenn wir denken, wofür sie es halt gemacht haben. Und auf jeden Fall, deswegen haben die halt nur zwei Torpedos genutzt und keinen zweiten Einsatz gemacht. Keinen dritten, keinen vierten Test, gar nichts. Und das heißt also, das wichtigste Waffensystem mit der neuesten Technik, und dem man aus dem Ersten Weltkrieg wusste, dass das quasi kriegsentscheidend sein könnte, weil wenn man alle Konvois versenkt, keine Truppen transportiert, keinen Nachschub, keine Ressourcen, gar nichts. Also das ist eines der wichtigsten Waffensysteme überhaupt, wurde dann quasi abgehakt mit, ist erfolgreich mit, dass eigentlich nur lauter Statistik jedes zweite Torpedo funktioniert. Weil der erste hat ja nicht geklappt, der zweite hat geklappt. Das heißt also, es hat eine 50% Ausfallrate gehabt, und dann haben sie die Tests dann eingestellt an der Stelle. Der eine hier, so ein Navy-Pill, der hat auf so einem U-Boot gedient. Der hat sich dabei ja einen Kopf gefasst. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt finde, das Bild von dem. Ihr könnt euch das mal angucken, es war auf Englisch, aber, ja, es ist auf Englisch, hat aber auch hübsche Bildchen dabei. Finde ich jetzt nicht, aber der eine auf jeden Fall, der war wohl auf dem U-Boot, hat da gearbeitet. Ich finde, es ist das Bild von, da, der da war das. Hier, der hat wohl auf dem U-Boot gearbeitet, also im Zweiten Weltkrieg. Und der hat halt ein bisschen Nähkästchen geplaudert und meinte auch, da könnt ihr doch selber nicht glauben, dass es nicht getestet wurde. Ordentlich. So, und man muss sich denken, die haben später mehrere Tausend davon hergestellt. Und die wollten keine vier testen, obwohl sie mehrere Tausend herstellen. Um nur mal so eine Relation vielleicht zu geben. Also hier unten bei der Produktion kann man sich noch angucken. Hier sieht man es, glaube ich, Number in Tausend. Also hier, wenn wir einfach mal den Höhepunkt nehmen würden. Also, erste Hälfte, 44, haben sie wohl weit über 12.000 Torpedos hergestellt. Und davon die Hälfte ungefähr für U-Boote. Das hier unten, das da oben sind andere Torpedos. Torpedos haben die unterschieden. Also Schiffe zum Beispiel konnten größere Torpedos haben. Einfach, weil man erwartet hat, dass die, also wenn es ein Zerstörer ein Torpedo abgefeuert hat, hat man erwartet, dass der eben nicht so nah rangeht wie ein U-Boot, weil der halt unter Feuer sein wird, wenn man es abfeuert. Und beim U-Boot gab es noch mal eine andere Beschränkung. Die Torpedos durften noch nicht dicker sein, als die Tubes, die rausgeschossen wurden. Das war halt eine Begrenzung. Die der Zerstörer in aller Regel nicht hatte und so. Dennoch war das halt die gleiche Technik am Schluss. So, auf jeden Fall, wenn man hier guckt, ja weit über 10.000 hergestellt. Also jedes Jahr ungefähr 10.000, wenn ihr es im Schnitt nehmen würdet. Also es waren auf jeden Fall 40.000, kommen sie bestimmt hin in Summe. Und dann wollten sie aber nicht mehr als zwei Torpedos zum Testen benutzen. Ich meine, klar, wussten sie da irgendwie in den 30ern noch nicht, dass sie davon irgendwie 20.000, 30.000 herstellen. Aber man entwickelt den ja, weil man einsetzen will. Und man hat auf jeden Fall die U-Boote gut bestückt am Anfang. Und man hat auch am Anfang einige hergestellt davon. Egal. So, das war auf jeden Fall der Test. Und dann hat man halt, wie gesagt, nicht ordentlich getestet. Man hat nur gemerkt, ob der erste Torpedo, der ist unter dem Schiff durchgefahren. Das heißt, dass irgendwas hat mit der tiefen Ruder nicht gestimmt vom Torpedo. Und ist auch nicht explodiert, als unten drunter hergefahren ist. Also auch der Magnet hat was nicht gestimmt. Hat das ignoriert einfach. So, so hat das Ganze angefangen. Und jetzt könnt ihr es fast erraten, was dann passiert ist im Verlaufe. Als dann der Zweite Weltkrieg losging, war es so, dass wohl auch jede Menge Torpedos abgefeuert wurde. Und ich gucke gerade, ob ich hier so einen Extremfall finde. Hier sind die Probleme. Also sonst sprechen wir einfach mal die Probleme an. Es war auf jeden Fall so, dass die U-Boot-Crews regelmäßig gesagt haben, die Torpedos funktionieren nicht aus verschiedenen Gründen. Und da gibt es so ein Naval Office, die sind irgendwie für die Munition zuständig. Ich habe jetzt den Namen von denen vergessen. Aber die waren dafür zuständig, dass das eben bestellt wird, gekauft wird, geändert wird und was nicht alles. Und die haben halt immer wieder gesagt, hört mal, ihr seid zwar mitten da im Kampf für den Torpedos, aber ihr habt das falsch gehört, nicht richtig gesehen, habt daneben geschossen, seid nicht nah rangegangen, habt die Dinger falsch kalibriert, es war eure Schuld. Und die U-Boot-Kommandanten haben alle gesagt, das war halt nicht der Fall. Und dann gab es halt einen Fall, ich weiß nicht, ob ich davon ein Bild jetzt sehe, wo einer, also der war auch am Boden, erzählt halt auch davon, aber da gibt es auch ein paar andere, die das noch machen. Und dann gab es auf jeden Fall einen Fall, da haben die ein Schiff, haben die das Ruder kaputt geschossen hinten, ich weiß nicht, ob es Absicht oder Zufall war. Und dann hat der U-Boot-Kommandant, hat dann befohlen, nicht das Schiff ordentlich zu versenken oder dann aufzutauchen mit der Bohrkanone auszuschalten, die man damals zum Teil ja gemacht hat, sondern ist hingegangen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier finde, das Bild. Ja, finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Auf jeden Fall ist er dann hingegangen und hat halt, also es war im Pazifik, der hat da mit seinem amerikanischen U-Boot, hat dann ein, das war ein Tanker, hat er den Antrieb getroffen mit seinem Torpedo und dann war der halt bewegungsunfähig und dann hat der U-Boot-Kommandant sich halt hingestellt und hat halt 18 Torpedos auf den abgefeuert, auf den unbeweglichen Tanker. Und kein einziger der 18 Torpedos hat den Tanker versenken können, weil die entweder so tief gefahren sind oder nicht explodiert sind oder eben gegengeknallt sind und auch nicht explodiert sind. Da gab es auch ein paar Probleme. Er hat halt 18 Torpedos abgefeuert und nur um es auch zu testen wohl, ja. Und da musste er abhauen und konnte den Tanker nicht versenken, weil dann eben die japanische Navy kam, um ihn zu verjagen. Und diese Sachen gab es wohl öfter. Es gab dann auch mal einen Test von einem Admiral, der im Pazifik das Kommando hatte, irgendwo unten bei Australien. Der hat dann einfach, ich weiß nicht, ob ich es jetzt irgendwo sehen kann, hat der hier, am besten ist, guckt euch die ganze Doku am besten selber an, wenn ihr mehr Details wollt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich die Bildchen finde. Die haben auf jeden Fall Tests dann durchgeführt, also mehr als ein Admiral hat halt Tests durchgeführt mit diesen Torpedos, die im Pazifik ansässig waren und haben dann immer wieder festgestellt, dass die Dinger nicht funktionieren. Also die haben die dann auf Netze abgefeuert, um zu gucken, ob die auch hoch oder tief genug fahren, die Torpedos. Da ist dann festgestellt, die fahren dann immer zu tief, die Torpedos. Da hat er das Naval Office wohl auch gesagt, dann hat er die falsch kalibriert. Die fahren nicht zu tief, wir haben das alle richtig gemacht. Obwohl halt die Tests der Torpedos im Einsatz alle das Gleiche gezeigt hatten. Und in einem Test am Schluss ging es dann um was anderes. Dann ging es nicht mehr um die Tiefe. Das haben sie dann irgendwann eingesehen, dass das wirklich ein Problem war. Und dann sind die hingegangen und haben die Torpedos an die Wand geschossen. Also hier, ich weiß nicht, ob man das hier sogar sieht. Die haben dann einen Test gemacht und haben Torpedos gegen Felsen geschossen, um zu gucken, ob die Explosion funktioniert. Und dann haben sie auch festgestellt, dass in Großteile der Torpedos gar nicht erst explodiert. Gegen Felsen schießen heißt ja, da kann ich gerade vorbeifahren. Und dann haben sie dann auch ein Problem gefunden. Und dann hat das Naval Office ebenfalls gesagt, das Problem existiert nicht. So, jetzt kommen wir mal zu den Problemen zu sprechen. Das eine war halt gewesen, dass zu tief gefahren ist, regelmäßig. Obwohl das halt gesagt wurde, wie gesagt, und sogar getestet wurde dann später, aber erst mitten im Krieg, weil die U-Boot-Kommandeure, die halt immer daneben geschossen haben, denen wurde dann unterstellt, dass die halt Mist gebaut haben. Die haben halt ihr Leben riskiert, ja, weil die dachten, die funktionieren die Torpedos. Und dann haben sie eben wohl, wurden auch noch unterstellt, dass sie daneben geschossen hätten. Das war schon ein dickes Stück. Und dann hat die U-Boot-Kur auch nicht wirklich gemocht, dass das gesagt wurde. Ja, aber die haben halt lange nichts daran geändert, weil die das wohl irgendwo da auf dem Festland besser wussten, die in dem Büro sitzen. Und von da haben die eine ganze Zeit lang daneben geschossen. Ich weiß nicht, woher das hat, diese Quelle. Beim Historical Gamer, das ist ein YouTube-Kanal. Der hat auch mal über den Pazifik und die U-Boote gesprochen. Und der hatte mal erwähnt, dass eigentlich das Problem nicht an den Torpedos lag, sondern der hat mal erwähnt gehabt, dass die U-Boot-Kommandeure, dass die Torpedos aus der falschen Tiefe abgeschossen hatten. Ich weiß nicht, ob der jetzt eine andere Quelle hat, eine andere Info. Aber was ich bei der Doku hier und uns in Wikipedia habe, da waren es nämlich nicht die U-Boot-Kommandeure schuld, dass sie katastrophal abgeschnitten haben, die Torpedos. Sondern die Torpedos selbst waren eigentlich schuld daran. Ihr könnt aber gerne nochmal beim Historical Gamer auf dem YouTube-Kanal, der heißt auch so, gerne nachfragen und nachgucken, ob der da vielleicht andere Zahlen oder irgendwas zu hat. Ich kann nur das, was ich jetzt hier vorne habe, beschreiben. Wie viel haben die das Problem dann wohl auch später gefunden mit dieser Tiefe? Und haben das dann verändert? Die waren wohl falsch kalibriert, wenn ich das richtig verstanden habe. Woher kam dieses Problem zum Teil? Ich habe das so verstanden. Das Problem war gewesen, dass dieses Newport, wo die die Torpedos herstellen, dass die einfach im Zweiten Weltkrieg nicht genug Torpedos ausspucken konnten. Hier zum Beispiel. Januar 1938. Anruf für Torpedo Orders at Newport. Für 29 Millionen konnten ja zu wenig Torpedos herstellen. Das heißt also, 2425 Torpedos war wohl zu wenig hergestellt. Von daher sind die wohl hingegangen und haben die Torpedos in ganz Nordamerika herstellen lassen. Also, das steht, glaube ich, ein bisschen anders, aber in der Doku haben wir zumindest gesagt. Die haben das halt verteilt über ganz Nordamerika auf verschiedene private Unternehmen. Haben denen halt gesagt, wie man das herstellt, das Ding, und dann haben die das hergestellt. Aber die Qualität bei dieser Herstellung war wohl katastrophal schlecht, weil, also Torpedo ist wohl ein sehr kompliziertes Gerät, nicht wie ein anderes Waffensystem. Die kommen wohl sogar mit einem eigenen Buch, wo jeder einzelne hergestellte Torpedo wohl eigene Werte draufgeschrieben hat. Die haben ja ein Bild davon gezeigt, weil ich das zeigen kann, das wäre natürlich prima. Also jeder Torpedo, da ist es, glaube ich. Jeder Torpedo kriegt, weil das so ein Einzelstück ist, kriegt der so einen, da ist es. Gucken wir mal gerade, ob ich das hier hinkriege. Äh, das müsste doch hier, da ist es, jetzt müsste es hier im Moment kommen. Die sind auf jeden Fall so einzigartig, dass jedes von denen ein Buch bekommt, wo man einzelne Datentür draufschreibt. Ich weiß nicht, wie genau das jetzt wichtig ist. Ich hatte den Eindruck, dass die Torpedos irgendwie kalibriert werden müssen und dass man dann irgendwas mit dem machen muss vorm Abschießen, dass die eben, ähm, also man muss halt irgendwelche Zahlen wohl einstellen, die anhand dieser Werte eingestellt werden. Das war mein Eindruck. Ja, keine Ahnung, warum ich das Bild jetzt nicht sehe. Ich habe es eben hierbei gesehen, aber es wird ja da angezeigt. Ich bin zu doof dafür. Record of Torpedo, Mark 14. So sieht das Ding dann aus. So wie sein eigenes Buch, ne, Lederband. Und da steht halt eben drin, ne, was da los ist und wie es funktionieren soll und alles. Und von daher war das halt ein Problem, wenn dann da halt einfach so private Firma, hier ist die Anleitung, bauen wir so ein Ding. Und jeder baut das, wie er möchte und dann werden die Dinger auch noch nicht mal mehr getestet, ne. Und dann werden sie auch noch transportiert über Riesenstrecken. Und dann, deswegen war das auch noch mal wohl eine Fehlerquelle, sollte ich das verstanden. So, ähm, genau, das war die Geschichte. Auf jeden Fall, das erste Problem war dann wohl gewesen mit diesem, äh, ist, da wurde jetzt die Fehlerliste, mit der Tiefe halt, ne. Und dann haben sie wieder das Ganze getestet, haben dann gesagt, das ist auf jeden Fall kein, äh, ist auf jeden Fall ein Problem. Und der Naval-Aufler hat dann gesagt, das ist kein Problem. Dann ging es hin und her und irgendwann haben sie gesehen, das ist wirklich ein Problem. Bis dann haben aber die U-Boot-Kommandeure die ganze Zeit daneben geschossen. So, und dann gab es das nächste Problem mit dem Magnetic Exploder. Ähm, dass der einfach, ähm, an der falschen Stelle explodiert ist. Und, wie gesagt, da haben sie eben auch den, den Test, Test so durchgeführt. Und haben dann später herausgefunden, das lag wohl da dran, wie gesagt, an den Magnetfeldern, ne. Die haben ihn halt damals nicht testen können, weil die haben nur ein U-Boot zum Testen gehabt. Und das hat ja nicht die ganze, dieselbe Masse wie ein dicker Tanker oder ein Schlachtschiff. Oder, was die, oder Flugzeugträger, was halt eben die Targets auch waren, ne. Und, ähm, und dann war eben wohl, wie gesagt, je näher man zum Äquator kam, desto ungenauer war wohl dieser Magnetic Exploder. Hier muss man dazu sagen, die deutschen U-Booter hatten in den Topedes wohl dasselbe Problem, meinten die, die, äh, da waren so ein paar Professoren drin, die darüber geredet haben. Ähm, war wohl sehr populär, wurde wohl von allen nicht ordentlich getestet. Jeder hat das in seinen Gewässern an der Küste wohl getestet, das Ding. Und wenn man dann woanders hinfuhr, war das wohl falsch kalibriert, vermute ich mal. So, und, ähm, dann gab es ein großes Problem mit dem Contact. Äh, und zwar gibt es dieses, äh, da war, glaube ich, ein gutes Bild eben dazu. Hier vielleicht. Genau, also so wie ich das verstanden hatte, hier vorne dieses Ding, was wir da sehen, ähm, das wird wohl bei Kontakt, wird das wohl eingedrückt und zündet dann das, das ganze Teil, ja. Ja, dann gibt es halt dicke Knalle, also hinten ist ja noch alles Antrieb und so weiter. Und auf jeden Fall hier, ähm, so wie ich es verstanden habe, ist halt, wenn das eingedrückt wird beim Aufprall, dann, dann wird das halt gezündet und explodiert der Torpedo, ja. Also, normal wollen ja Torpedos magnetisch und dann, wenn die unter dem Schiff sind, weil das mehr Schaden macht. Aber es gibt halt auch Torpedos, die fahren wohl irgendwie falsch, müssen wir mal beim Aufprall, dass die wohl den Gegner kaputt machen. Und hier war wohl das Problem gewesen, dass die Dinger, das war irgendwie so ein Ringdring gewesen, der dafür verantwortlich ist, dass den Sprengstoff, äh, triggert. Der war wohl so angebracht, dass wenn der Torpedo wohl aufgeschlagen ist, dann gegen ein Schiff geknallt ist zum Beispiel, dass das Ding so verbogen wurde, dass der Ring wohl abgesprungen ist und deswegen nicht die Zündung ausgelöst hat. Deswegen ganz viele Torpedos, die getroffen haben, auch einfach nicht explodiert sind. Ähm, und hier wieder, da haben die halt dann Tests durchgeführt und ich weiß nicht, das Bild finde ich jetzt sicher nicht. Ähm, haben auf jeden Fall Tests durchgeführt, wo sie denen, äh, eine Wand einfach in den Felsen geschossen haben. Und da sind dann irgendwie bei den ersten vier oder fünf Torpedos, sind wohl die ersten drei oder vier auch explodiert, aber der letzte eben nicht. Und, ähm, dann haben sie wohl die Navy Diver dahin geschickt, die sind dann da tauchen gegangen. Da ist er, na, mal gucken. Genau, da war der Insel gerade, wo die das gemacht haben. Und ich weiß nicht, die sind dann tauchen gegangen und dann haben die nicht explodierten Torpedos, haben die von unter Wasser halt geholt. Was ja katastrophal, wenn ich mir hier was raussuchen möchte. Da ist auch nochmal das Ding, was, hier sind die Zahlen von Einstein, der hat sich das auch nochmal angeschaut. Und, ja, also, hier, da ist der Taucher, ne? Da haben sie dann danach den Torpedo, der in die Wand geschossen wurde, der nicht explodiert ist, haben sie halt dann aufgeholt. Was natürlich total riskantes Unterfangen ist, ne? Aber auf jeden Fall haben sie das dann aus dem Wasser gepflückt oder der Admiral, der es damals befohlen hat. Und dann haben die halt festgestellt, die haben es halt aufgeschraubt, auseinandergenommen, haben dann festgestellt, das Problem, das ich gerade beschrieben habe. Ähm, muss dazu sagen, bevor die das gemacht haben, diese Tests, und das dann aufgeschraubt haben, und das war auch nur ein Admiralstest und noch nicht mal von öffentlich genehmigt, ähm, haben die wohl Albert Einstein angeheuert? Er hat in Amerika zu dem Zeitpunkt gelebt im Zweiten Weltkrieg und haben den, äh, gebeten, sich das Problem anzugucken. Die haben dem wohl die Pläne von dem Torpedo geschickt, ja? Und er hat sich das dann angeguckt und dann hat er denen gesagt, das Problem liegt ganz eindeutig an dem Ding da oben dran, an dieser Zündung hier, dass das Ding halt bei Aufbau wahrscheinlich eingedellt wird. Hat er denen gesagt, bevor irgendwas, er hat das halt nur theoretisch gesehen, ne? Nicht mal praktisch. Und hat das Problem direkt gefunden, was sie später eben auch praktisch dann identifiziert haben. Und die haben irgendwie 25 Dollar pro Tag wohl gezahlt, als Consultant dafür. Und Einstein hat denen dann auch die, die Lösung geschickt dafür, um das Problem zu umgehen. Das war das Bild, was er gerade, hier ist nochmal das Bildchen, ne? Wo der Ringe irgendwie abspringt für die Explosion. Äh, ich suche gerade das andere Bild. Ich finde es natürlich jetzt wieder, also das ist das Bild da vorne. Das zweite Bild von rechts, da hat Einstein denen die Lösung auf jeden Fall aufgemalt. Und dann haben die aber gesagt, nee, das ist kein Problem, das machen wir nicht. Na gut, kann ich mir das nicht zeigen. Auf jeden Fall, ähm, die Lösung für Einstein wäre gewesen, hier nochmal so einen kleinen, ähm, nochmal so einen Außenring drum zu machen, der die Erschütterung einfach ein bisschen abschwächt und dafür sorgt, dass der Trigger ordentlich funktioniert, ne? Das wäre die Lösung laut Einstein gewesen, aber die haben das abgelehnt einzubauen. Warum die überhaupt angehäult haben als Consultant, kann ich euch da nicht sagen. Was zeigt vielleicht nochmal, wie komplex und schwierig, wo so ein Thema zu lösen ist. Ja, und dann ging das Ganze weiter, nachdem die halt eben diese Aktion da gemacht haben und haben den Torpedos im Wasser gepflückt und haben es dann aufgeschraubt. Und dann war bekannt, wo das Problem ist. Ähm, das war ja nicht von offizieller Stelle, ne? Mit diesen Problemen, Beschreibung. Na, da war die jetzt, wo die das gegengeschossen haben, wie die Wand. Ähm, das war ja nicht von offizieller Stelle. Das hatte nur der Admiral, der quasi da vor Ort kommandiert hat. Der hat gesagt, hör mal, meine, meine, äh, U-Boot-Kommandanten, die sagen alle das Gleiche und wir versenken halt weniger Schiffe, als wir könnten. Nur weil so ein paar, äh, äh, Armchair Generals da in Washington sagen, es funktioniert alles, ne? Und dann hat er halt die Schnauze voll, aber dann selber getestet. Und dann hat er das eben, haben die das bekannt gemacht, da haben die halt damit drüber geredet überall. Aber die haben halt dann extra verboten, dieses, äh, dieses Office and Navy, was zuständig war, wo die Waffen hergestellt werden, haben extra verboten, hör mal, diese Torpedos dürft ihr nicht anpassen. So wie die jetzt sind, funktionieren die. Wenn ihr damit rumfummelt, dann macht ihr die kaputt, dann klappen die nicht mehr. Ja, die Crew hat aber jetzt gesagt, von den verschiedenen U-Booten, dass dem scheißegal, jeder war ja bei der Crew gewesen, hat erzählt, wie sie das gemacht haben. Äh, der meinte halt, ähm, die haben dann, nachdem die das Problem erkannt hatten, haben die halt die Torpedos selber aufgeschraubt und haben halt Änderungen dann vorgenommen vorne an dieser Zündvorrichtung, ne? Ähm, die sollten das allerdings nicht machen. Das war offiziell extra verboten worden. Und dann gab's wohl so ein Rundschreiben, wie die es damals gemacht haben. Und der hat gesagt, die hatten da einen kleinen Trick dabei gehabt. Und zwar gab's wohl so Kontrollgänge von diesen komischen Office ab und an, die die Torpedos angeguckt haben, ob die geöffnet worden von den Crews. Und dann gab's halt irgendwie Strafen oder irgendein Zeugs. Auf jeden Fall, ähm, haben die halt kontrolliert, dass die Crews ihre Torpedos nicht verbessert. Also, aus deren Sicht war das ja so, die hätten die nicht verbessert, sondern kaputt gemacht, ne? Muss man ja dazu sagen, wollten das ja nicht glauben. So, aber die Crew, die hat das halt durch die Tests gesehen, was da läuft, und wusste auch, wie die normalen Ergebnisse waren. Und deswegen wollte die unbedingt die Torpedos umbauen. Und da war das jetzt so gewesen, dass sie gegeneinander quasi angetreten sind. Und zwar die Torpedos. Die hatten wohl so Schrauben gehabt, die, ähm, die bunt angemalt wurden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde, das Bild hier vorne. Äh, wo ist der Schrauber? Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt finde. Auf jeden Fall haben sie die aufgeschraubt, die Torpedos. Und dann eben umgebaut, die wieder zugemacht. Und um zu sehen, ob die halt aufgeschraubt wurden, die Torpedos, wurden die halt angemalt von dem Naval Office, die dafür zuständig waren, die herzustellen, ne? Also die haben die ja mit Farbe vollgemalt, die Schrauben. Dass wenn jemand daran rumgeschraubt hat, man gesehen hat, dass die Farbe abgeblättert, und, äh, ne? Dann wurde halt jemand rumgeschraubt, und dann wurden die wieder zurückgeschraubt, die Teile. So, und zu verhindern, dass die eben wieder unfähig gemacht werden, die Torpedos, ist jetzt die Crew hingegangen, hat er gesagt. Die sind dann in diese, diese, weiß nicht, das sind ja keine Werften, aber da, wo die halt gelagert wurden zum Teil, sind die hingegangen und haben halt gefragt, mit welcher Farbe habt ihr das denn jetzt zugemalt, zugepinselt, die, die Schrauben. Könnt ihr uns diesen dann einmal Farbe mitgeben für unser U-Boot, dass wir unsere Torpedos wieder umändern, nach dem Umändern wieder anmalen, damit keiner sieht, dass wir die geändert haben. Und die Crew vor Ort hat ihnen das natürlich auch gerne gegeben, weil er der Crew vertraut hat, also den Setzelhüpfern da in Washington. Und dann haben die halt die Torpedos wieder angemalt, an denen sie die geändert hatten. Und dann haben die auch minimal besser wohl funktioniert, aber war wohl auch nicht die Endlösung, weil es viele andere Probleme noch gab. Aber schon interessant zu sehen, wie die Leute im Feld quasi, also da geht es ja um deren eigenes Leben, ne? Wenn ihr jetzt einen Torpedos auf dem Zerstörer abballert, und ihr trefft den nicht, seid ihr danach halt tot, ne? Also, das ist ja nicht ungefährlich gewesen, dieser U-Boot-Job. Dann wäre es schon besser, wenn unsere einzige Waffe gegen Schiffe, die zurückschießen, auch funktionieren würde, ne? Plus, wenn ihr mehr als einen Torpedo abfeuern müsst, dann ist natürlich leider länger im Zielgebiet und das auch wieder gefährlicher, wenn man dann ein Flugzeug kommt oder ein Zerstörer oder was auch immer. So, ja, auf jeden Fall war das das Problem da mit dieser Zündgeschichte. Genau, der Kontakt-Warhead war das eben. Und dann gab es doch wohl nochmal ein Problem, dass die irgendwie im Kreis gefahren sind ab und an. Mit dem Gyro-Engle-Setting, das haben die aber jetzt in der Doku, glaube ich, nichts dazu gesagt gehabt. Aber ich vermute mal, dass das Problem dabei war, also dieses Gyroskop ist halt ein relativ komplexes Gebilde zum Bauen, dass das ein bisschen an dem Outsourcen gelegen hat. Man hat ja einfach förmende Niederlagen in ihr Leben Torpedos hergestellt haben, hat man gesagt, mach mal, ne? Das geht natürlich auch nicht. Jo, aber ich war lange Rede, kurzer Sinn. Das war das Torpedo-Problem des Zweiten Weltkriegs im Pazifik hauptsächlich für die amerikanische Navy. Und das soll nun mal zeigen, wie katastrophal tatsächlich das gelaufen ist. Also, da ist ja wirklich alles schiefgelaufen, was noch schieflaufen konnte. Und trotz der Meldungen aus dem Feld über Jahre hinweg und Tests durch Admiräle, also das war ja nicht irgendwie so ein Käpt'n, der das nur alleine, also im Einfall hat das zwar ein Käpt'n getestet, aber es gab ja zwei Fälle, da wurde das von Admirälen getestet. Trotzdem in diesen Fällen, trotz diesen immensen Feedbacks und auch dann so Wissenschaftler eben wie Einstein, der diese extra angeheuert wurde, um nochmal Feedback zu geben, der auch gesagt hat, dass sie nicht klappen und hier ist die Lösung. Trotz all dieser Informationen, die da waren, haben halt irgendwelche Leute einfach drauf bestanden, dass der trotzdem funktioniert, der Torpedo. Und das war halt mitten im größten und wichtigsten Krieg der Welt wahrscheinlich. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, diese katastrophale Ausrüstungsgeschichte, mit was wir halt heute im Stresstest oder anderen Sachen bei der Bundeswehr sehen, ne, also wie gesagt, ich will das nicht relativieren hier. Das ist auf jeden Fall katastrophal, wenn ihr halt in die Wüste geht und die Waffe, die überhitzt nach zu vielen Schüssen oder schießt halt um die Ecke. Ich weiß noch mal, ein G3 damals hat an die Ecke geschossen, das fand ich total witzig. Aber auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, wenn man das ein bisschen mal hier nebeneinander setzt, muss man echt sagen, es ist tatsächlich besser geworden. Es ist auf gar keinen Fall gut heutzutage, auf gar keinen Fall, ne. Das ist das auf jeden Fall. Aber ich denke, wenn man das Beispiel aus dem Mark 14-Torpedo nimmt, da muss man schon sagen, hat sich was getan in den letzten Jahren. Und naja, angeblich sagen sie, die wollen es immer noch besser machen und noch mehr tun. Ich tatsächlich habe den Verdacht, der Hauptgrund, wo man heutzutage so schlecht läuft, ist wahrscheinlich auch politischer Natur. Wahrscheinlich auch so wie damals. Ich denke, dass das auch irgendwo politischer Natur war. Da werden halt Köpfe gerollt, wie man gesagt hat, wir haben das damals falsch designt, das Ding. Das ist ja jetzt mein Verdacht zumindest, halt immer einfach die Schuld auf andere zu schieben. In jedem Fall hat sie jetzt gesagt, ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist, ich bin da aktuell auch gar nicht mehr in der Diskussion drin. Sie meinte auf jeden Fall, der Grund, warum das Gerät heutzutage so schrott bei der Bundeswehr ist und nicht funktioniert und alles, war wohl, weil man aus anderen Gründen Gerät früher gekauft hat. Sowas wie, wenn man Arbeitsplätze schaffen würde. Da hat man halt schlecht das Gerät von vor Ort gekauft, wenn man eben vor Ort Arbeitsplätze geschafft hat. Also sagt sie, nicht von meinen bis gewachsen. Oder so Sachen wie, man hat halt Sachen gekauft, die man zusammen produzieren kann. Also aus politischen Gründen. Also nicht aus Gründen, weil die Leute das Gerät brauchten im Feld, sondern einfach, weil es halt andere Gründe gab. Das meinte sie zumindest. Und dann wird jetzt alles geändert. Deswegen wird auch kein neues Gerät gerade ordentlich mehr hergestellt und geholt. Deswegen haben alle jetzt Probleme, weil die die Verträge neu verhandeln und die Industrie das auch nicht gewohnt ist und so weiter. Wie weit das stimmt, keine Ahnung. Ich denke, dass die vor 100 Jahren ungefähr, 90, 80 Jahren, das auch gesagt haben, kein Plan, was da abgeht. In jedem Fall fand ich es mal sehr interessant, reinzugucken. Ich bin mir sicher, dass das nicht das einzige Beispiel ist mit dem Mark 14 Torpedo. Da gab es auch mal was mit dem Airbus damals und so. Wie man sich, wenn man einfach sucht, findet man wahrscheinlich Massen an solchen Problemen. Ich weiß auch von diesem Naval College, weil ich mir mal angucke auf YouTube, dass die auch sagen, dass bei der Beschaffung der Navy heutzutage in Amerika, dass er auch noch katastrophale Sachen gibt, dass einfach zu lange dauert, zu ineffizient ist, das falsche Gerät geholt wird und so weiter. Was mich an der Stelle halt nur wirklich jetzt interessiert, ist halt wirklich der Teil, hier geht es um, also sagen wir mal so, ihr stellt ja das Kriegsgerät her, weil ihr denkt, ihr braucht das, damit euer Land überlebt, in irgendeiner Form. Und so würde ich es ja gar nicht herstellen. Das heißt, hier geht es ja um etwas, was über Leben wichtig ist. Hier geht es ja nicht um die GEZ, also ob die kommt oder nicht kommt oder wie auch immer. Hier geht es dann wirklich um das Wichtigste auf der Welt, muss man ja sagen. Das sind Grundannahmen, warum man das Gerät herstellt, okay? So, und dann ist das aber katastrophaler als alles andere, was ich mir vorstellen könnte und dann schickt man Leute damit ins Feld, die tatsächlich auch noch ihr Leben riskieren, was ja zusätzlich für Politiker bedeutet, dass, wenn halt die schlechter kämpfen und mehr sterben und unerfolgere ich, ist das auch nicht gut für die eigene Karriere als Politiker. Das heißt, es hat nicht nur was Moralisches, sondern auch was Politisches, was zum Nachteil gereicht. Und trotzdem läuft das damals wie heute wohl noch katastrophal bei der Beschaffung vom Kriegsgerät. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich da fast schon Paradox sehe, weil, also, warum läuft das immer noch so schlecht, wenn das denn so wichtig ist? Ist das so vielleicht eines dieser typischen Themen, habe ich mir dann überlegt, wo erst, wenn es katastrophal was falsch gelaufen ist, erst dann rollen halt die Köpfe und vorher interessiert das keinen. Das ist so eine binäre Geschichte. Wenn Scheiße läuft, dann seid ihr halt am Ende. Und wenn das Ding halt nicht eingesetzt wird, dann weiß es halt nur keiner. Das ist halt unter den Teppich gekehrt so lange. Ich vermute mal, dass es auf dieser Schiene ein bisschen läuft, weswegen es auch wenig Änderungen gibt. Also wenn sie jetzt hier sagt, die wollen das jetzt alles ändern, naja, wie gesagt, also, das haben sie damals wahrscheinlich auch gesagt, davon gehe ich mal aus. Von daher glaube ich da noch nicht ganz dran. Ist irgendwie schade, weil gerade mal Menschen halt in den Krieg schickt mit solchen Geräten. Deutsche Soldaten, das gilt ja ähnliche Sachen. Ich habe jetzt bei dieser Doku eben gehört, dass die immer noch mit Marder arbeiten. Der ist halt 30 Jahre inzwischen alt. Ich weiß halt nicht, ob nicht die einfachste Billig-APG heutzutage den Marder penetriert oder was die halt einsetzen würden gegen die. Ich weiß halt nicht, ob 30 Jahre alter Schützenpanzer noch wirklich gut schützt heutzutage. Keine Ahnung. Kann wahrscheinlich auch ein STKFZ hinstecken. Ist wahrscheinlich genauso gut. Seht noch cooler aus. Also Geschmackssache. Ich mag den Marder tatsächlich, weil STKFZ sieht halt cooler aus. Egal. Ja, das war auch wieder die Geschichte. Mark 14 Torpedo, heute im Kriegsraum. Thema des Tages. Und die Doku kann ich nur sehr empfehlen, weil die einfach sehr viel aus dem Nähkästchen plaudern. Gerade halt, wie gesagt, er hier, der halt wirklich damals dabei war auf dem U-Boot. Der erzählt halt, was Sache war und wie sie halt die dummen Regeln der Bürokraten umgangen sind, damit sie eben nicht sterben im Krieg und so. Aber ich muss halt ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas sehe und man sieht es heutzutage auch beim Afghanistan-Irak-Krieg, wenn man da teilweise Berichte von den Soldaten hört, das schreckt halt schon ab, Soldat zu werden. Ich bin eh zu alt für so einen Krempel, aber die wollen ja schon, dass Leute auch Soldaten werden. Es gibt ja Nachwuchsproblem gerade bei der Bundeswehr. Aber in Amerika ist es ja ähnlich. Die geben ja auch Vermögen für Soldaten aus dem Krieg nie genug. Wenn man dann immer wieder solche Berichte dann halt, das motiviert die Leute sicher auch nicht, sich also da zu bewerben nach dem Motto, wir schicken euch halt ins Krisengebiet, ihr riskiert euer Leben, aber wir geben euch die schlechteste Ausrüstung aus irgendwelchen politischen Gründen, die ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr das mal ein bisschen krass formulieren wollt. Also es ist schon sehr, sehr, sehr traurig, dass das immer noch so läuft. Na gut, das war uns hier über die Geschichte. Und ja, ich gucke mir jetzt weiter die Doku an. Und nur hier habe ich die Pause gemacht, weil das muss ich mir einfach dann reintun und nochmal vergleichen. So, in dem Sinne. Ciao, ciao.